Beta-Carotin. Beta-Carotin ist ein Bestandteil von Pflanzen. Beta-Carotin ist eigentlich ein Pflanzenfarbstoff und dieser ist besonders in Paprikas, Tomaten, Karotten, Orangen. Beta-Carotin gibt den Pflanzen eine leuchtende Farbe. Je dunkler Orange ein Nahrungsmittel ist, desto mehr Beta-Carotin ist daran enthalten. Es gibt aber auch Beta-Carotin in gelbem und grünem Obst und auch Gemüse. Beta-Carotin kann umgewandelt werden in Vitamin A und so gilt Beta-Carotin als eine gute Quelle für Vitamin A. Beta-Carotin ist wichtig zur Vorbeugung von verschiedenen Erkrankungen. Wenn man genügend Beta-Carotin hat, dann ist das gut für die allgemeine Gesundheit. Man hat Beta-Carotin in Zusammenhang gesetzt mit verschiedenen Gesundheitswirkendeffekten auf nahezu jedes Körpersystem. Es ist wichtig, genügend Beta-Carotin zu sich zu nehmen und am einfachsten ist es, genügend Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die eine intensive rote, orange, gelbe oder grüne Farbe haben und dann hat man genügend Beta-Carotin.